Willkommen im exotischen Sepang. Hier findet gleich der nächste Lauf der Moto2-Klasse statt. Der Himmel ist wolkenfrei und laut letzter Wetterberichte können wir mit den üblichen Temperaturen für diese Jahreszeit hier rechnen. Nur noch ein paar Minuten bis zum Start der Moto2-Klasse. Wir warten hier in der Startaufstellung darauf, dass die Fahrer grünes Licht für die Warm-Up-Runde bekommen. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Kurs von Sepang ist die Heimstätte des aktuellen Grand Prix von Malaysia. Nur noch ein kurzer Moment und dann geht der Kampf los hier auf der Strecke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Stars dieses aufregenden Rennens drehen ihre letzte Runde und wir nutzen die Zeit und schauen uns das Endergebnis der Moto2-Klasse an. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.